Pass auf, hier ist die Stelle, wo ich umgefallen bin. Guck mal, wie man Felix zu ist. Könnte lustig werden. Bleib stehen, du! Flüssigkeitsberechnung ist, glaube ich, nur so schlimm, weil du mehr oder weniger, ne, selbst eine Abstraktion von Flüssigkeit bedeutet, du machst viele kleine Tropfen mehr oder weniger als Berechnung. Und dann hast du ganz viele Kollisionsabfragen berechnen musst. Hallo Marc, ja, klar bin ich immer noch live. Das ist nur ein... Hä? Das sind doch nur 3-4 Stunden, die ich jetzt live bin, oder? Bin ich gerade blöd. Ich darf nicht immer live. Was machst denn du für eine... Nice, geile Idee. Geile Idee. Oh, Binde umgefallen. Geile Idee, dann zu früh gelöst. Warte mal, ich helfe dir. Reifen an? Aber du kannst ja gar keine Binde machen. Du kannst dich nicht ziehen, glaube ich. Ich kann mich ziehen, wenn du eh mal fest bist, kann ich ziehen. Okay, zieh. Ich zieh. Drück die ganze Zeit schon. Okay, du bewegst dich, das stimmt. Aber bei mir passiert... Das ist lustig, da hat es keine Auswirkungen auf mich. Das ist ja interessant. Warte mal, ich fahr jetzt noch langsam rückwärts. Hm. Nee, warte mal, fahr du rückwärts. Jawoll, das sieht doch gut aus hier. Das muss nur den ganzen Kram wieder aufladen. Das sieht ja langsam geschafft aus hier, der Auftrag. Scheiß, Handbremse. Die hast du aber jetzt selber angezogen, die Handbremse. Ja, ja, musste ich ja. Sonst wär ich ja weggerollt. Kannst auch permanent rückwärts Gas geben. Ich dachte, du kannst du bis zum nächsten Baum direkt auch noch mit. Sah so aus. Ich hatte gerade eher Angst so nach dem Motto, oh nein, nicht schon wieder umfallen. Ja, ist jemand da. Das ist ja jedes Mal auch die Strafe ist, den Kran wieder bedienen zu müssen. Ja. Wobei mittlerweile hab ich da echt... Ach, jetzt ist auch hier... Ja, guck mal, jetzt ist der Anhänger weg, der hier gerade noch stand. Hm? Der Nachtankanhänger ist jetzt weg. In dem Moment, wo wir den Auftrag abgeschlossen haben, ist der verschwunden. Ähm, wir hätten vorher nochmal tanken sollen. Ich bin fast voll. Du hast Mudmonster und ich hab Rootsearcher. Ja. Ich steh auf dich. Warte mal. Weil, was ich nackt, das liebt sich. Oder was, ich steh auf dir. Was? Tu mal voll einschlagen. Ach, bleib doch mal so. Das ist so, oh, perfekt. Jetzt schön neutral schalten und super schnell werden. Oh, oh. Oh, oh. Ich überhole dich. Hilfe. Hilfe. Scheiße. Baa. Richtig schöner Scoutfahrer. Guten Morgen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Lass mal der. Lass mal Allrad an. Mach mal Allrad an. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ähm. Ich kann der. Ich kann hier. Guck mal, ich kann auf einem Reifen stehen. Das kannst du nie. Das kannst du nie. Ja. Ja. Jetzt brauche ich wirklich deine Hilfe. Hier kommen wir noch nicht durch. Der lange Weg. Neue Missionen entdeckt. Super. Und ich bin schon wieder auf die Seite. Aber warte mal, ich habe einen anderen Weg gefunden. Ich hatte gerade Panik, dass du einfach da drüben runterfährst. Und dann, ne? Dinge passieren. Ich wollte hier runter. Ach, come on. Dann kommst du jetzt mit runter? Ich vor den normalen Gang. Anscheinend ist das nicht dafür gedacht, hier runterzufahren, oder? So, hier ist der Abgang. Also, ich bin da. Irgendwo. Ganz safe. Oh, shit. Nope. Never mind. Ich bin umgekippt. So, und Winde, autonome Gelände, Winde. Winden benutzen ist für Anfänger. Ah, sieh das Problem. Im Auto müde, Auto schlafen. Wie war das? Winden sind für Anfänger? Ja, mit um die Kurve fahren mit Winde und so, ja. Ach Gott. Das fahr doch nach Rechtsauto. Was soll denn das? Hattest du jetzt eigentlich für uns das Upgrade-Teil bekommen, oder? Ich hab das schon. Ich hab, glaub ich, hier die meisten Sachen schon. Hier würde ich dir empfehlen, möglichst weit rechts zu fahren. Ich komm nicht weg! Wir können ja auch rechts rüberfahren, wenn wir wollen. Bleibst denn du da, hein? Scheiße, 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 ich sauf ab. Das ist irgendwie nicht so smart, was du da gemacht hast, wa? Ich sauf ab. Vor allem, du wirst weggespült. Oh mein Gott, stopp, Bro, I'm stuck! Du kriegst gerade Damage auf deinem Motor, weil du zu tief im Wasser bist. I got you! So, sind wir drüben. Ja, und mit dem Scout-Muster halten. Ciao! 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 Ciao!